Doch hat alles angefangen. Die Leute haben von Cell billige Energie gekriegt. Cell hat die Energie umsonst bereitgestellt. Da konnte sie noch nicht halten. Wenig später hatten sie einen Profol. Dann haben sie die Preise erholt. Und als die Leute dann hoch verschuldet waren, Hat Selby in die Freiwilligenlager gezogen. Diese Sklavtreiber. Scanner 6.1, Delta 1. Überprüfe 6.1, Delta 2. Vorsicht. Minenfeld. Selby nutzt intelligente Munition. Die explodiert nur bei Feinden. Wie uns. Das müsste reichen. Komm schon. So kann man's auch machen. Was ist los? Nichts. Nur eine Überspannung. Geht schon wieder. Überprüfe 6.1, Delta 2. Bist du okay? Hier ist nichts. Da. Todesmahl. Wenn's dich sieht, wirst du erledigt. Zoll, komm zurück! Was sie auch gefunden haben. Es ist tot. Wo ist die Station 34. Straße? Ein paar Klicks. Aber wir müssen erst die Todeszone umgehen. Nein, Zell kommt näher. Keine Zeit zum Umgehen. Todesradius und Kadenz sind in einem vertretbaren Bereich. Wir können einfach durchgehen. Hört ihr das, ihr Schweine? Ja, ich mach euch alle fertig. Kommt schon. Graut euch. Kommt ihr hier. Bist du verredet? Die Geschütze machen dich fertig. Ah, verstehst du's langsam? Die haben einen Nanosuit, Prophet. Ich bin ein Mensch. Ein Mensch? Weißt du, was ich geopfert habe, um die SEV zu stoppen? Wie krieg ich das je zurück? Ah, scheiße. Wie sieht dein Plan aus? Unterstützung. Ziel erfassen und zerstören. Aufklärung. Du machst den lustigen Teil. Das ist nicht der Psycho, den ich kannte. Die Dinge ändern sich. Okay, so sieht's aus. Ich gebe die Position durch, sobald ich sie sehe. Wie die hier in Sektor 1, Delta 0. Das sind potenzielle Lager. Unser Primärziel ist Torb 3, Delta 3. Sobald du die Hardware haben, den wir in Sektor 3 starten. Sektor 1, Delta 3. Sieht gut aus. Da. Sektor 1, Delta 0. Sektor 1, Delta 2. Ich hab hier was. Ihr sollt euch von dem Tor fernhalten. Ich dachte, das wäre klar. Sektor 1, Delta 6, terrorisieren. Starker Gegner. War ganz schwer. Wachersystem anwenden. Wow, 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 wow. Scheiß. Wie machst du das? Mann! Mir gefällt zwar nicht, wie du das gemacht hast, aber es ist einfach toll. Okay, du hast zuerst Aufmerksamkeit. Wir sollten schleunigst verschwinden. Warnung, Höhenverteidigungsturm 3, Delta 3, D.A.B. Alle Einwahl, die umgehen, sind zu Sektor vorwärts. Gib mir ein Update zu deiner Position. Ich komme zu dir. Roger. Sektor, sichern vorwärts und hängen. Ganz dringend so an. Diese elektrischen Pfeilspitzen sind ziemlich effektiv. Probier sie mal in dem See dort aus. Aufpassen, Prophet. Cell-Verstärkung nähert sich. Deine Tate melde dich auf, nicht Arschloch. Sie sind jetzt auf die Gäste. Irgendein Zeichen? Doch, wird kontrolliert. Finde dieses Arschloch und macht den Kalt. Hier wurde jemand mit einem Pfeil erschossen. Gefahrenstufe ist jetzt ab. Gefahrenstufe? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das?